Ja, liebe Zuschauer, ich glaube, das ist jetzt wirklich der finale Countdown. Lange haben wir gesagt, es ist bald soweit, es ist bald soweit. Und ja, jetzt ist es ganz nah. Das Fest der Liebe, Heiligabend und das jetzt schon diese Woche. Und Sie wissen vielleicht, dass wenn Sie heute bestellen, definitiv alle Produkte hier rechtzeitig zum Weihnachtsfest natürlich ankommen und geliefert werden. Und liebe Zuschauer, Sie bekommen auch hier natürlich heute ein Best-of der Geschenke. Die besten Geschenke der Weihnachtsgeschenke-Shows für Sie gebündelt und zusammengepackt, sodass Sie jetzt noch schnell bestellen können und damit Ihre Geschenke dann auch rechtzeitig ankommen. Richtig, denn wir garantieren Ihnen, dass alles das, was Sie heute bestellen, pünktlich noch vor dem Heiligenfest geliefert wird, sodass Sie was richtig Schönes unten in der Hand haben werden, wenn es dann heißt, ja, jetzt ist Bescherung angesagt. Und das ist schon in wenigen Tagen soweit. Und ich habe das Gefühl, dass das Jahr 2016 sowieso rumgeflogen ist. Erst recht wird man sich gelegentlich mal mit den tollen Artikeln im Katalog oder natürlich auch in unseren Sendungen beschäftigt. Und da möchten wir uns jetzt mal einen Flüschhund anschauen. Ho, ho, ho. Nämlich der, der nicht nur sehr kuschelig und gemütlich ist, liebe Zuschauer. Kein Murphy. Katja, geht da auch immer so steil drüber. Ja, ja. Aber der kann natürlich auch noch ein bisschen was. Und da sind wir natürlich jetzt mal in einem Bereich der Haustiere angekommen, wo man mitunter keine Chance hat. Gerade in so einem Mehrparteienhaus, Etagenwohnung, Sie kennen das, dann sollen sich die Kinder um die Hunde kümmern. Der Vermieter ist dagegen. Die Eltern wissen, die Kinder machen sowieso nicht. Insofern verzichtet man eher drauf. Aber das hier ist definitiv mal genau das Richtige, was du brauchst, wenn du einen guten Freund haben möchtest. Mein Weihnachtsgeschenk war ja dieses Jahr auch ein Hund, aber ein echter Hund. Und deshalb haben Diana und ich gerade gelacht, weil mein kleiner Murphy heißt. Und der befindet sich jetzt gerade in der Maske und wartet da, bis wir fertig sind. Und ich weiß, dass viele andere sich auch einen eigenen Hund zu Weihnachten wünschen und diesen großen Traum wahrmachen wollen. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen, den brauchen Sie nicht erziehen. Da muss man nicht darauf achten, dass der Stuben rein wird. Der ist einfach nur zum Kuscheln da. Aber der bewegt sich wie ein echter Hund. Akustik- und Berührungssensoren hat der. Das heißt also, das ist der unkomplizierte, kuschelige Begleiter und Freund des Menschen. Ja, ganz genau. Und der jault, er kläfft, er knurrt, er macht da so seine Geräusche und natürlich auch die passenden Bewegungen mit dazu. Und das alles, liebe Zuschauer, für gerade mal 18 Euro und 91 Cent. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Satz, als man das normalerweise an jeder anderen Stelle gewohnt ist. Denn für so einen kuschelig weichen Plüschhund zahlen Sie an anderer Stelle, besonders dann, wenn noch so ein Knöpfchen im Ohr drin steckt. Also auch schon mal ein kleines Vermögen. Ich glaube, in dieser Größe sind sie dick im dreistelligen Bereich angekommen. Sehr kuschelweig das Ganze. Und er hat die Sensoren übrigens hier im Kopf, im Stätz hinten drin, im Rückenbereich und vorne natürlich auch im Halsbereich. Und wenn man den da berührt, dann nimmt er die entsprechenden Millionen an. Na, du kleiner Stinker! Oh, jetzt geht er einmal in die Hocke und dann sitzt er wieder 18,91 Euro. Ein super günstiges Hündchen, was sich aber benimmt wie ein echter Hund. Und was vor allem kuschelt. Und jetzt kommt auch der echte Murphy einmal zu uns, damit Sie auch meinen Hund mal kennenlernen dürfen. Der besteht aber nicht aus Plüsch. Da ist er. Wie alt ist der Murphy jetzt? Vier Monate. Vier Monate ist er. Guck mal hier, kleine Kampfkartoffel. Hallo Murphy, das ist der kleine Murphy. Und das war mein, also kein Plüschtier, aber mein Weihnachtsgeschenk. Liebe Zuschauer, aber der muss Gassi gehen, der muss raus. Man sieht ihn gerade nicht, weil er auch schwarz ist, genauso wie in meinem Oberteil. Da ist er. Und der, Achtung, der ist auch ganz gespannt. Also, schau mal, der guckt auch auf das Hündchen, ne? Oh. Ich finde das immer ein gutes Zeichen, wenn auch echte Hunde auf die Geräusche von, ich sag mal, von künstlichen Hunden reagieren. Oder mit unser, also auch schon mal unsere, unsere Jamini zu Hause, wenn die also auch mal hier auf das Gejaule, das Gekläffe von Hunden im Fernseher reagiert. Da geht die manchmal richtig steil. NC 1686 und die 569, nicht für den Murphy, sondern für den Kleinen. Nee, der bleibt bei uns jetzt hier, beziehungsweise bei der Vivien. Aber schau mal hier. Da sind wir ein paar Tricks hier. 18,91 Euro, mein Gott, ist das süß und niedlich. Die NC 1686 und die 569, das ist ihre Bestellnummer. Greifen Sie hier zu. Ich weiß, dass gerade diese Plüschhunde absolut beliebt sind. Und die kosten normalerweise auch so viel Geld, ne? Wenn man die so normalerweise im Spielwarengeschäft kauft. Richtig? Ganz ehrlich, also je nach Modell, je nach Anbieter, bist du da so zwischen 60 und 120 Euro dabei. Und du kannst natürlich, wenn Sie einen Knopf im Ohr haben, dann noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, liebe Zuschauer. Wir haben tolle Geschenkideen heute wieder in unserer großen Geschenke-Show. Und alles das, was Sie heute bestellen, wird garantiert noch bis zum Heiligen Fest geliefert. Und Vivien hat dann noch ein paar Asse im Ärmel, sage ich Ihnen. Fantastisch. Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell. Aber ein bisschen was zu spielen, das wäre jetzt gut was Rasantes. Was Rasantes. Ein absolut beliebtes Produkt, das Stunt-Auto. Das möchte auch jeder haben hier. Da guckt auch der Murphy. Wow, das ist ein Kracher, ne? So, einmal die Ohren zu. Oho, 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 oho. Hat aber noch große Ohren. Ich hoffe, der Körper, der passt sich noch an. Gizmo hätte wahrscheinlich auch gepasst dazu. Aber Murphy ist klasse. Sollten wir hören, wenn Vivien ihren Hund ruft. Die hören die ganze Zeit nur Murphy, Murphy. Und ich bin immer versucht, an die kürzeste Kasse im Supermarkt zu denken, wo sie am längsten stehen. Aber wir waren beim ferngesteuerten Fahrzeug angekommen, liebe Zuschauer. Und das jetzt mal ein richtiges Highlight. Da muss ich zugeben, da werde ich selbst mit 44 Jahren nochmal zum kleinen Kind. Fernbedienung natürlich mit dabei. Und dieser Kamerad hier, der fährt bis zu 25 Stundenkilometer schnell. Der geht ab wie ein Zäpfchen, sage ich dir. Die hat diese tolle LED-Beleuchtung mit dabei. Und nicht nur vier Räder, übrigens auch voll geländetauglich, sondern noch ein fünftes Rad obendrauf. Ich stelle mal den Karton runter, dann gucken wir uns den mal in aller Ruhe an. Das ist ein richtiger Kracher, liebe Zuschauer. Und wir wissen, dass dieses Stunt-Auto wahnsinnig beliebt ist. 28,41 Euro. Und das ist so rasant unterwegs. Da werden Sie wirklich staunen. Und da haben nicht nur die kleinen Spaß, da haben auch die großen Spaß. Und jetzt geht es aber ganz schön rasant los. Ja, hast du gemerkt, dass der auch locker über die Kante fahren kann, ohne dass... Oh, jetzt hat er sich verhakelt. Mal gucken, ob ich da mit dem fünften Rad weiterkomme. Ja, sonst wäre ich jetzt ruhig gegangen. So, und jetzt hast du natürlich mal wieder einen ganz anderen Ansatz. Jetzt kannst du mal richtig Gas geben hier. Und das eben bis zu 25 Stundenkilometer schnell. Auf einem nicht ganz so glatten Asphalt wird der wahrscheinlich noch deutlich griffiger agieren. Hier auf dem blankgewienerten Laminatboden ist natürlich jetzt hier vom Grip her nicht unbedingt das Maximum zu erwarten. Aber guck mal, wie der abgeht hier. Wahnsinn. Wie ein Zetien. Und wir wissen, liebe Zuschauer, dass das ein wahnsinnig beliebtes Weihnachtsgeschenkprodukt ist bei Ihnen. Fahrspaß hier wirklich groß geschrieben. Auf bis zu 25 Kilometern pro Stunde. Also da geht es richtig zur Sache. Und Sie haben natürlich auch Möglichkeiten, hier heiße Stunts zu machen. Und da geht es los. 28,41 Euro, die NX 91,31 und die 569. Das finde ich so spitze jetzt hier, oder? Ja, wir haben wenig Platz zur Verfügung. Das ist mal ein Highlight jetzt hier mal fürs Frühjahr oder was im Wendehammer oder ganz einfach mal durch den Garten durch. Also der macht hier 360 Grad Drehungen. Der ist voll geländegängig. Hat dieses fünfte Rad noch obendrauf, mit dem man also wirklich sehr spektakuläre Stunts machen kann. Und dass der robuste... Oh, Entschuldigung. Der Herr Ruder hat das Engelchen überfahren. Ich konnte nicht mehr bremsen. Jetzt wissen Sie, warum wir Ihnen verstärkt die Dashcams angeboten haben in der jüngeren Vergangenheit. Das ist wirklich schon ein absolutes Highlight. Und ich liebe das hier. Das finden Kinder großartig. Das finden auch große, kleine Kinder oder kleine, große Kinder großartig. Jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich mich verhackert, glaube ich. So, Achtung. Die Reichweite, die ist spitzig, muss bei Ihnen gucken gehen. Er schafft auch die ganze Zeit. Du denkst auch hier, was ist denn hier los, oder? Ich sage Ihnen in der Zeit einfach mal die Bestellnummer, die NX 91 31 und die 569. Ja, und Murphy ist auch schon ganz aufgeregt und findet das Stuntauto auch super, super cool. Hier sollten Sie auf jeden Fall zugreifen. Wir garantieren Ihnen, wenn Sie heute bestellen, dass Ihr Stuntauto passend zum Weihnachtsfest ankommt. 49,90 Euro. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung, liebe Zuschauer. Aber für Sie 28,41 Euro. Schau mal, wie er ist ganz gespannt. Schau mal, mit der Ecke da, oder? So, und das mit 25 Stundenkilometer. Für einen Autofahrer klingt das in erster Linie mal nicht wirklich allzu viel. Du hast einen Zuschauer, Carsten. Bitte? Du hast einen Zuschauer. Der denkt wahrscheinlich auch. Also Menschen sind also wirklich manchmal ein bisschen seltsam unterwegs. Warte ab, du hast genau das richtige Herrchen hier für solche Geschichten. Also man merkt schon, wie robust der hier unterwegs ist. Und das alles für 28,41 Euro. Da zahlst du bei den üblichen Verdächtigen locker deine 60, 80, 100, 120 Euro für. Je nachdem, was es für ein Modell ist. Da sind wir natürlich auch mal draußen im Garten mit gewesen. Die haben da mal ordentlich losgefetzt. Und die Geschwindigkeit ist spitze. Der Kontrollmechanismus über die Fernbedienung ist spitze. Und natürlich auch die Optik des Fahrzeugs. Also da werden kleine Kinder ganz groß und große Kinder wieder zurecht hier in Spielkindern. Ah, da können die mich schon den ganzen Tag mit beschäftigen. NX 91, 31 und die 5, 6, 9. Also für die Kleinen und für die Großen haben wir jetzt auf jeden Fall schon das Richtige, würde ich mal sagen. Also wir haben tolle Geschenke einfach für Sie. Und die sollten auch unter keinem Christbaum fehlen. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Produkt, welches, wie ich finde, auch ein absolut tolles Geschenk ist. Radio hören. Oh ja. Von überall. Sender empfangen und das in den eigenen vier Wänden. Das ist möglich, liebe Zuschauer, mit einer WLAN-Internet-Radio-Box. Ho, 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 ho. Und bitte, wir reden jetzt nicht über Mittelwelle oder Ultra-Kurzwelle. Das, was man eben so landläufig dann ganz normal eben in seinem Autoradio oder in seinem Radio dann eben zu Hause bei der Stereoanlage empfängt. Wir reden hier von Internet-Radio, liebe Zuschauer. Und das ist von der Qualität her absolut mit einer CD-Qualität vergleichbar. Brillanter Klang also. Und die Sendervielfalt aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier natürlich im World Wide Web bewegen, ist absolut sensationell. Über 10.000 Radiosender, Internet-Radiosender bekommst du hier rein. Und das sind natürlich nicht nur die Deutschen, das sind also auch mal europäische Sender. Das sind mitunter also auch schon mal Brasilianisch hatten wir vor kurzem mal drin. Mit Samba-Klängen, also das war schon was ganz, ganz Heißes. Einen englischen Sender hat man mit außergewöhnlicher Musik. Das gilt ja so als die Wiege der Popmusik. Da kommen viele Stars her. Nicht nur die Beatles, sondern eben auch mal Robbie Williams und dergleichen. Also von der Insel kommen einige namhafte Künstler. Liebe Zuschauer, das Schöne ist, Sie binden hier diese Internet-Radio-Box ganz einfach in Ihr Netzwerk mit ein zu Hause. Bevor Sie Angst haben oder Respekt davor bekommen, keine Angst, es ist also genau das Gleiche wie das, was Sie mit Ihrem Handy gemacht haben. Das heißt, Sie machen die Internet-Radio-Box an, kriegen die entsprechenden WLAN-Netze zur Verfügung gestellt oder zumindest angezeigt. Und Sie geben dann bitte das Passwort für Ihr Netzwerk ein. Volle Verschlüsselung natürlich möglich. Je nachdem, welche Sie gewählt haben, wird die gleich mit eingebunden. Sie können das Ganze sogar über den WPS-Button machen. Also ganz einfach hier am Gerät drauf tippen und am Router drauf tippen und schon sind Sie im Netzwerk integriert. Und dann haben Sie eine brillante Empfangsqualität. Und das muss man ganz klar sagen. Jetzt sind wir hier mal beim SWR 3 gelandet. Ist jetzt ein deutscher Sender hier in Süddeutschland ansässig, ja. Aber es gibt eben auch Sender in Australien, in Kanada, in Grönland zur Not auch. Oder doch, die kannst du in der brillanten Qualität empfangen. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man vielleicht auch woanders wohnt oder ein anderes Herkunftsland hat, wo man aufgewachsen ist, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit zum Frühstück Ihren Lieblingsradiosender aus Ihrer Heimat zu hören. Oder wenn Sie zum Beispiel natürlich sagen, ein ganz bestimmtes Genre, Schlager vielleicht. Oder Rock, Jazz, Blues, das ist genau das, was ich hören möchte. Und das rund um die Uhr vielleicht zum Frühstück. Vielleicht aber auch abends etwas lauter, um einfach mal entspannen zu können nach dem anstrengenden Tag. Dann ist das alles möglich hier mit der WLAN-Internet-Radio-Box, liebe Zuschauer. Ganz einfach die Bedienung. Sie sehen ja einmal dieses übersichtliche Display. Und vor allem ganz brillante Klänge, die Sie für 66,41 Euro bekommen. Oder der Beschenkte. Ja, und das ist etwas, wo sich sicherlich jeder Radio-Fan sehr darüber freuen wird. Weil die Klangqualität einfach sensationell ist. Wir haben hier ein sehr schweres Holzchassis mit dabei. Das ist also sehr schwingungsgedämpft. Im oberen Teil die große Box, also perfekte Klangabgabe in den ganzen Raum hinein. Und wir können natürlich noch weitere Highlights hier erwähnen. Das sollten wir auch tun. Wir haben natürlich jetzt auch hier im hinteren Teil der Internet-Radio-Box natürlich auch die Anschlussmöglichkeiten mal für ein Klinkegerät, über 3,5 mm Klinke. Und natürlich können wir auch jederzeit ganz einfach per USB mal ein Smartphone laden. Auch das wäre grundsätzlich denkbar. Wir sind hier sehr, sehr stramm unterwegs mit 8 Watt Spitzenleistung. Und wenn man das jetzt hier mal richtig auftritt, ja, neben den ganzen Informationen, hat man da so wirklich eine brillante Empfangsqualität. Machen wir einmal ganz laut. Vorsicht, Murphy, halt dir mal die Ohren zu. Handt euch, wird schwer. Ich traue mich nicht. Ich hab ja schon verstanden, ist ja gut, ist ja gut. Geht also natürlich auch auf Zimmerlautstärke, liebe Zuschauer. Selbstverständlich auch mit weiteren Highlights ausgestattet. Der USB-Anschluss ist gleichzeitig auch ein Ladeport für Ihr Smartphone. Wir haben die volle Verschlüsselung, das haben wir schon erwähnt. Wir haben eine einfache Bedienung über die 8 Tasten jetzt hier. Und 8 Watt Spitzenleistung im RMS-Bereich. Also das ist schon Spitzenklasse, was wir hier anbieten. Der ist recht für diesen Satz. Und natürlich kann man das Display mit den ganzen Informationen auch gerne von der Helligkeit ein bisschen runter reduzieren. Wir haben es jetzt hier mal komplett aufgedreht, wie in der Studiebeleuchtung. Da bekommt man wirklich Lust auf das Weihnachtsfest. Liebe Zuschauer, klicken Sie sich durch die Sender dieser Welt, hören Sie sich rein und genießen Sie fremde Sprachen oder auch die Klänge Ihrer Lieblingsmusik. Sei es Jazz, sei es Blues, vielleicht Schlager oder Rock und Pop. Das entscheiden Sie. 66,41 Euro. Das ist hier Ihr TV-Sonderpreis, wo man auf jeden Fall zuschlagen sollte. Und ich finde, wir hatten bereits ganz, ganz tolle Geschenkideen für Sie. Und das nächste befindet sich hier auf diesem Tablet. Und liebe Zuschauer, der ist ganz entspannt. Der guckt sich das Ganze mal von der Seite an jetzt hier. Ist das etwa eine wunderschöne St. Leonhard? Was hältst du? Ist das die St. Leonhard? Ist das die St. Leonhard? Mit dem offenen Boden? Ja. Das ist ein Hammer. Und die St. Leonhard, liebe Zuschauer, wir reden von einer wunderschönen Uhr. Für Sie natürlich zu einem sagenhaften Preis. Ja, und das schauen wir uns mal an, liebe Zuschauer. Wir reden von 85,41 Euro. Wenn Sie die Uhr aber gleich mal gesehen haben, dann werden Sie verstehen, warum wir ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig über den Preis sprechen müssen, weil der ist wirklich sensationell für diese Qualität, die Ihnen St. Leonhard, unsere edel Zeitmessschmiede hier tatsächlich anbietet. Also das ist etwas, wo sich jeder Uhrenfan sehr, sehr glücklich schätzen kann, wenn er so ein außergewöhnliches Modell in seiner Sammlung vorfindet. Fantastisch, gerade auch mal zu den edlen Anlässen, gerade zu die Feiertage oder vielleicht auch ganz einfach mal ein schöner, runder Geburtstag, ein besonderes Abendessen, ein besonderer Geschäftstermin, mal zu einem Anzug getragen, sieht die einfach nur Spitzenklasse aus. Ist die nicht traumhaft schön, Vivian? Das ist wirklich eine besondere Uhr, liebe Zuschauer. Eine besondere Uhr, die man sich einfach sichern sollte, kommt in so einer wunderschönen Schatulle, in so einer ganz tollen Geschenkschatulle. Und das Schöne ist, dass Sie hier bei dieser tollen Uhr halt einfach diesen Sichtboden haben. Und das ist was ganz Besonderes und das haben normalerweise nur ganz, ganz teure Uhren, dass man da die Möglichkeit hat, das Uhrwerk zu sehen. Also da zahlt man normalerweise wirklich ordentlich Geld, hier auch bei dieser Uhr. Bei dieser Variante sind Sie normalerweise bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 250 Euro. Liebe Zuschauer, das ist luxuriös, das ist sportlich, das ist vor allem aber ein Hingucker. Und gerade bei den Herren, finde ich, ist das einfach immer wichtig, dass man eine tolle Uhr trägt und dass man auch eine tolle Uhr verschenkt. Denn die Herren haben hier nicht die Möglichkeit, wie wir Damen, Ohrringe, eine Kette anzuziehen, Armbänder zum Beispiel. Da ist die Uhr das Schmuckstück des Herren. Und dementsprechend soll die natürlich auch ganz hochwertig und ganz schön und schick sein. Und das ist diese Uhr von St. Leonard definitiv. Das ist ein wunderschönes Ziffernblatt. Schauen Sie doch mal, so leicht erhaben gestaltet. Hat so einen leichten 3D-Effekt durch diese wunderschöne Maserung. Hier die römischen Ziffern ganz toll gemacht. Auf der 3 Uhr, auf der 6 Uhr und auf der 9 Uhr Position. Die Krono-Augen, wo Ihnen natürlich dann also auch nicht nur der Tag und das Datum, sondern eben auch die Woche und auch der Monat angezeigt wird. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben hier, wenn man so möchte, auch zwei Zeitzonen, die Ihnen angezeigt werden. Sie kennen das gerade, wenn Sie im Urlaub sind und haben da so einen gewissen Zeitversatz. Also eine Stunde oder auch mal drei oder vier Stunden. Da ruft man abends vermeintlich Ortszeit 8 Uhr zu Hause an. Dabei ist es vor Ort dann eben schon 12 Uhr und da sind die Leute mitunter schon im Bett. Das kannst du also super auch praktisch einsetzen. Und das finde ich persönlich immer wieder faszinierend. Natürlich siehst du es nicht, wenn du die Uhr trägst. Aber es zu wissen ist für einen Uhrenfan genau das Richtige hier. Denn diese feine Mechanik von solchen Uhren finde ich immer wieder faszinierend. Das sind für mich Künstler, die so etwas ganz einfach mit ihrer Lupe auf dem Auge da herstellen können. Wahnsinn, was da für eine filigrane Technik drinsteckt. Eine wunderschöne, luxuriöse Automatik-Uhr, liebe Zuschauer. Edelstahl und Leder hier. Der Sichtboden, also was möchte man Schöneres verschenken. Diese Uhr ist perfekt für Ihren Herren. 85,41 Euro, das ist Ihr TV-Sonderpreis. Sichern Sie sich diesen bitte. Dieser Sichtboden ist einfach wunderschön. Und Ihre Bestellnummer, die NC7308 und die 569. Und hier sehen wir es noch einmal, wenn ich die Uhr kippe. Genuine Leather, also richtiges, echtes Leder hier selbstverständlich. St. Leonard. Hier noch einmal haben wir das Emblem von St. Leonard. Und dann, wie gesagt, diese wunderschöne Uhr. Bitte sichern Sie sich hier den TV-Sonderpreis. Die Uhr kommt rechtzeitig zu Ihrem Weihnachtsfest an. Und Sie werden bei den Beschenkten hier in richtig glänzende und strahlende Augen schauen. Also bei mir ist das definitiv schon so, liebe Zuschauer. Diese runde Form, diese leicht abgerundete Kante im oberen Teil, so leicht erhaben. So auf zwei Ebenen gemacht, wie so ein kleiner Treppenaufgang. Zum Highlight des eigentlichen Uhrengehäuses. Mineralglas natürlich. Absolut kratzerunempfindlich und sehr stoßresistent. Natürlich ist die Uhr auch entsprechend wasserfest oder wasserdicht bis fünf Atmosphären. Und Sie haben hier wirklich alles drin, alles dran, was man für eine Uhr im Preisgefüge von 250 Euro erwarten darf. Unter anderem natürlich auch dieses tolle Automatik-Uhrwerk von Siegal. Das ist absolute Top-Qualität, die wir hier haben. Und das mit dem echten Lederarmband, Mineralglas, Edelstahlgehäuse. Also da ist an alles gedacht worden. Und so etwas mal für unter 90 Euro zu bekommen, sowas schon für unter 150 Euro mal zu bekommen, ist schon absolute Spitzenklasse. Ein wunderschönes Modell, wie ich persönlich finde, machen Sie jeden Mann mit glücklich. Mit der NC7305 und der 569. Und einen haben wir noch. Da muss ich zugeben, habe ich ein bisschen weniger zuzusagen als zu den Uhren oder auch zu unseren Drohnen. Aber das, was jetzt kommt, das macht sogar mich zum absoluten Chef de Cuisine sozusagen. Wir reden von einem Küchenfeuerwerk, liebe Zuschauer. Ein 30 in 1 Multifunktionskocher, den jeder Haushalt haben sollte. Und das ist, wie ich finde, ein Geschenk, was man auch schon morgens an Heiligabend auspacken darf, oder? Um dann gerade die Vorbereitung natürlich für das Fest der Liebe treffen zu können. 123,41 Euro. Und wenn man nicht lieb ist, dann kriegt man es hier mit dem Löffel einmal über die Ohren. Ja, 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 der Knecht Ruprecht, der war ja schon. Und von dem hatte ich früher als Kind schon immer schießt, weil ich genau wusste, dass der Nikolaus sich ja schon seine Notizen macht. Und ganz genau weiß, was man so im Laufe des Jahres ausgefressen hat. Und da ich das als Kind schon immer sehr genau wusste, was da also Sache war, hatte ich immer so ein bisschen Schiss, dass da also die Quittung unterm Strich dann später beim Nikolaus kommt. Die Weihnachtsengelchen sind ja etwas genügsamer, liebe Zuschauer. Ich gebe dir vollkommen recht. Mit so einer 30 in 1 Küchenmaschine würde ich also auch schon vielleicht ein bisschen früher mit der Bescherung anfangen. Denn wenn dir an anderer Stelle vielleicht gerne mal was anbrät oder vielleicht noch nicht ganz durch ist, außen kross und innen noch halb gefroren oder roh, wirst du hier mit dieser tollen Küchenmaschine definitiv nie wieder dieses Problem haben. Weil wir hier alleine im vorderen Bereich, also für jeden Einsatzbereich in der Küche, das passende Programm bereithalten. Mit Temperatur, mit Laufzeit, also ganz einfach nur die Lebensmittel reinfüllen, gucken, dass der passende Aufsatz dabei ist. Zum Beispiel ein Knethaken, auch mal für Teig, auch mal einen Pizzateig zum Beispiel, ein leckeres Brot backen, kannst du alles machen hier. Und dann drückst du nur auf den einen Knopf und alles andere macht die Maschine vollkommen automatisch. Also Brot backen, sie sehen es, Pasta machen vielleicht oder natürlich auch das Fleisch hier schonend garen. All das ist möglich. Starke 1600 Watt, liebe Zuschauer. Aber aufgrund dessen, dass der Carsten so schwärmt, sie sehen es schon. Also normalerweise sagt man ja, die Damen kochen vielleicht zum Weihnachtsfest. Aber ich glaube, das war einmal. Es gibt auch viele Herren, die da gerne mal mit anpacken und die sagen, mit so einem tollen Küchenhelfer, ja da helfe ich sogar meiner Liebsten hier beim Kochen. Das macht Spaß. Sie haben hier natürlich auch einen Antiüberlaufschutz dank eines Doppelsensors. Hier sehen Sie auch Reis, können Sie natürlich optimal in diesem Multifunktionskocher richtig schonend quasi einmal garen und vor allem dann direkt auf den Punkt servieren. Zudem können Sie natürlich auch Ihr Gemüse, Ihren Reis oder Ihr Fleisch hier in diesem Multifunktionskocher schön warm halten, sodass zum Beispiel Speisen, die vielleicht ein wenig vorher bereits vorbereitet wurden, und zum Weihnachtsfest dann quasi passend und schön warm auf den Tisch kommen. Und das ist es gerade, liebe Zuschauer. Man hat das Problem natürlich vielleicht nicht unbedingt am Heiligabend. Da dürfte die Familie schon pünktlich zusammensitzen, keine Frage. Da geht es natürlich auch um das Thema Bescherung, um das Thema Abendessen, das ist klar. Wenn dann aber vielleicht am ersten oder am zweiten Feiertag oder auch mal am Silvesterabend der ein oder andere vielleicht dann doch aufgehalten wird, weil er noch telefonieren möchte oder weil er eben ganz einfach noch ein paar Minuten länger gebraucht hat, ist es natürlich dann blöde, wenn du dich dann an den Tisch setzt und eigentlich nur noch verkochtes oder eben lauwarmes Essen bekommst. Und da ist so eine Maschine ganz einfach fantastisch. Neben der perfekten Zubereitung auf den Punkt genau hast du hier eben auch noch die tolle Warmhaltefunktion, zumal du ja die Temperatur hier locker also auch mal runterrevidieren kannst, sodass also auch die, die ein bisschen zu spät kommen, noch ein richtig leckeres, warmes Essen genießen können. So muss das sein, bitte. Und gerade Weihnachten möchtest du ganz einfach hier deinen Gästen ein Maximum bieten. Und das kannst du hier mit so einer Maschine schon fast garantieren. Das kann man garantieren, einen 24-Stunden-Timer gibt es auch, liebe Zuschauer, hier ein Multifunktionskocher, 30 in einem. Viele Möglichkeiten und das alles kompakt in einem Gerät zusammengefasst für 123,41 Euro. Gerät da auf jeden Fall der Festtagsschmaus oder vielleicht natürlich auch einmal ihr Gericht, welches an Silvester bereits auf ihre Gäste wartet. Ihre Bestellnummer, die NX 38,99 und die 569, 123,41 Euro. Das ist ihr TV-Sonderpreis, wo sie zuschlagen sollten. Und das war es leider auch schon, das Best-of der Geschenke-Shows. Also hier sollten sie wirklich zugreifen, ganz egal, ob es das Plüschtierhündchen ist, das Stunt-Auto, die WLAN-Internet-Radio-Box oder vielleicht auch diese wunderschöne Uhr. Gerade bei dem 30 in 1 Multifunktionskocher, liebe Zuschauer, bitte greifen Sie zu, die NX 38,99 und die 569. Ihre Bestellnummer, 123,41 Euro und wir sitzen hier zusammen. Liebe Zuschauer, lassen Sie sich es gut gehen, bestellen Sie Ihre Geschenke. Ich bin hier in Composin' Hallelujah, 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 Hallelujah. Ich bin hier in Composin' Hallelujah, 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 where your faith was strong, but you needed proof, you saw her bailing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. music die die